Dieser kurze Funkspruch beendete vorzeitig den Countdown für einen historischen Raketenstart in Cape Canaveral. Der Grund? Ungünstige Wetterbedingungen. Es wäre nach neun Jahren der erste Start von NASA-Astronauten von amerikanischem Boden aus gewesen. Aufgrund der Witterung konnte kein sicherer Flug gewährleistet werden. Knapp 17 Minuten vor dem Lift-Off wurde der Countdown vom Weltraumbahnhof in Florida abgebrochen. Die SpaceX Falcon 9-Rakete des privaten Weltraumunternehmens von Elon Musk soll nun voraussichtlich am kommenden Samstagnachmittag vom Kennedy Space Center abheben. Die beiden amerikanischen Astronauten Doug Hurley und Bob Banken hätten in der neu entwickelten Raumkapsel Crew Dragon 19 Stunden lang zur internationalen Weltraumstation ISS fliegen sollen.